Was geht YouTube Traders Back? Heute mal eine weitere Folge von Call of Duty Black Ops 2 mit dem Yannick. Hallo! Joa, heute kein anderer dabei, ne? Was los? Ja... Das gibt Quote! Ja, Spaß! So, meine ganze Chilligone auf Nuketurn, Leute. Irgendwie kommt nur noch Nuketurn, ich weiß auch nicht wann du das krank reintest. Oh ja, ich hab die EMP direkt. Direkt ins Gesicht, ne? Was hast du auch ins Gesicht bekommen? Ja, richtig ins Fressbrett. Okay. LOL, wo kam der jetzt her? Richtig ins Fressbrett. Ich bin Peacekeeper in my team. Ich spiele AN gerade, ich komm mal auf die Peacekeeper. Keine Ahnung warum die FR heißt. Ah doch, ging schuldig, deswegen hab ich die so genannt. Oh, da bin ich jetzt in der Cabin, der kommt dringend. Geil weg, gewicht. Okay. Na los, na los! Ja, der drin hier mit dem RPG. Ich bin auf dem Schild da. Der Schild seinen Homie. Ich weiß nicht. Okay. Ohne Witz. Ab 2. 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 Wow, impressive Bro. 1 pro Dröhnchen. Ich hab direkt alle meine Dings frei. So, Dröhnchen raus. Kontradrohne raus. Vorräte raus. Alles, Janik. Vorräte unterwegs. Das kann man doch mal machen, ne? Das steht an einem Haus mit... So, Vorräte, na komm. Was haben wir jetzt noch? Wir haben die Führung verloren. Normale Kontradrohne. Remiggen, Remiggen, Remiggen. Remiggen, 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 Remiggen. Da sind wir jetzt schon drin. Remenax, Reimggen, Remiggen. Pr tracksuit. Ab 2. Will ich Quang兩 T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R? Triple Kiss D4? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.. Pups... Pup- Guck ins Feed, Jungs. Pups... Put her... was kann das sein züttelt geht mit dem noch äh 4 und ein geworfen aber Amtuch PEAT Armin up Nein, die Peacekeeper ist grad nicht voll drin Die ist auch zurück Ja, go Remington Peacekeeper raucht sich grad ein Die raucht mich grad ein Die raucht mich grad ein Geh, jawoll, warum ne Junge, die zocken Hey, die zocken so oft, glaube ne Wer explodiert ja alles, ey, ohne Witz Ich kann grad ein 10-500-Grad-Grad-Grad-Grad Hä, von hinten Nawal Ja, du, äh Ah, ist klar ja nicht Nein Felix erstes COD war bestimmt gold Ja, klar Was denn sonst Nein, sehr ehrlich, was denn Ich hab angefangen mit Fabian Beim Fabian Auf der PS2 Rainbow Stick Nee, auf dort die Scheiße Muss ich mir nicht mehr antun War unser erstes so Richtiges Ego-Shooter-Spiel so wirklich Splits-Queen auf die 4-3-Röhre Natürlich Splits-Queen auf die 4-3-Röhre Nee, nee, nee Bitte nicht Daaaas War kein 4-3 Ich war, glaub ich, recht für den Neuern oder so Oioioi Da kommen alle recht Da wirst du einmal Ein bisschen tischieren Dann sind alle da auch Hä, und wir kriegen noch richtig ab, Alter Wir kriegen dann, glaub ich, wir haben immer hin Ja, locker easy Hä, what the fuck, wie die stehen Hä, what the fuck, wie die stehen Junge Lüsterfehl auf dir Nein Bitte sterben, bitte nicht Last kill war ich natürlich Wenn es euch gefallen hat, lass dann gleich da Janik, das wolle man dich Äh, nö Hab nichts mehr Auf Wiedersehen Okay, dann tschau Leute, bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss